Intro Intro Yo Leute, ich bin es wieder euer Andi von Gokkelgaming und wir sind jetzt mal beim zweiten Versuch von The Forest nach dem nächsten Patch Wieder mit dem lieben Kronk HaaaahLEachenpopwehchen Haha, das ist einfach so krank Das ist einfach Kronk pitf Bleib stehen Hasse, bleib stehen, bleib stehen Junge fucking hase bleibt stehen war aber ich renne die und sie sind viel schwächer gewonnen das ist immerhin vorteil jo leute ich bin's wieder euer andy von google gaming und doch so ja es war ja nur ein kleiner cut das video geht ja weiter um wir haben jetzt keine ahnung wie lange ich spült stunde ohne absturz ohne absturz ja es ist nicht mehr gecrasht außer dass wir bugs gefunden haben wie zb wenn du jetzt einen eingeborenen um wirft und der krabbelt rückwärts durch eine wand von die ist die einfach weg deswegen haben wir tatsächlich weitergebaut aber wir haben hier drüben schon ein kleines häuschen mit unserem kronk hat sich ein häuschen gebaut noch mal und so ein geiles ich weiß nicht was ist denn das romantisches kleines naja so eine aussichtsturm dingsbumsen teil und das wir noch gefunden haben ist das direkt neben uns die hauptbase von denen ist nämlich die hülle die haben wir zugebracht ja die haben wir zugebracht wie es sollt man hätte gesagt wir sehen uns beim nächsten spannenden teil bedingst du seid von unserer welt würde ich euch zeigen bis dann an den joe sind wir wieder mit einem nice im kleinen feature und zwar ein wir haben noch das große haus fertig gemacht habe ich das schon gezeigt nein oder ich bin mir gar nicht sicher egal also nicht ihr werdet es ein bisschen beziehungsweise ich werde mir dann nicht facepalm denken wenn ich das video schneid damit es auch mal von unten seht ich wette ich kann nicht mehr vorwärts laufen also nein ich habe ich habe ich hatte auf e s d und f meine tausend meine ganz vorsichtig alter so einfach nicht bewegen einfach drauf stellen und nicht bewegen und dann schiebt sich so langsam alter wie so ein aufzug ja egal jolo schau dich das an ich finde das schon so neis aus also für die nacht sind wir gewappnet wir müssen dann nur noch die mauer da bisschen nach hinten rum ziehen wollen wir noch ein baum ausbauen könnte man machen weil da ist der baum an einem baum daneben kann man nicht verwenden wir machen wir einfach den auf dem hügel hier was dann machen dann sind wir uns wahrscheinlich in der millisekunde wieder was ich nur noch schnell sagen wollte die map ist leider dann verloren gegangen weil ich ins training musste und dadurch mussten heute das spiel beenden und im endeffekt kam dann das hinaus dass man die map nur noch im single player spielen konnte und nicht mehr multiplayer laden konnte und hier nicht mehr lust hatten weiter zu spielen bis zum nächsten mal